Bei der Macht von Greyskull, ich habe die Zauberkraft. Eine Messe-Neuheit, die es eben neu auf der Spielemesse in Essen zu kaufen gab. Für roundabout 50 Dollar gab es das Spiel bisher nur in englischer Sprache im Eigenvertrieb von Fantasy Flight. Ist halt noch die Frage, ob Asmodee dann da irgendwann mitmischen wird und das Ganze auf Deutsch bringt. Keine Ahnung, hier geht es erstmal jetzt um das englische Spiel. Und es ist, wie gesagt, ein Card Game, ein LCG, also ein sogenanntes Living Card Game. Was bedeutet das für diejenigen von euch, die mit dem Begriff nichts anfangen können? Das heißt einfach Living Card Game, also dass das Spiel irgendwo lebt, also weitergeführt wird. Mit dieser Grundbox ist nicht Schluss. Es wird Erweiterungspäckchen geben, Erweiterungsszenarien, größere und kleinere Erweiterungspackungen, die man sich dann eben dazu kaufen kann, um das Spiel zu erweitern. Kann, kein Muss. Man kann auch sehr viel Freude und Spaß mit der Grundbox haben. Der Unterschied eben zu zum Beispiel Trading und Collectible Card Games wie Magic the Gathering, Pokémon oder Yu-Gi-Oh! ist eben, dass man keine Random Booster kauft, wo eben zufällige Karten drin sind, sondern dass man in den Erweiterungen eines Living Card Games immer ganz genau weiß, da sind jetzt diese und jene Karten drin. Und bei Marvel Champions, so viel kann man schon sagen, wird in den zukünftigen Erweiterungen dann eben neue Helden und neue Schurken sowie neue Szenarien drin sein. Denn worum geht es? Marvel Champion ist ein kooperatives Kartenspiel, bei dem die Spieler in die Rollen der bekannten Marvel-Helden schlüpfen. Hier in der Grundbox sind schon ein paar bekannte Namen drin. Spider-Man, Captain Marvel, der Black Panther, Iron Man und She-Hulk sind in der Grundbox. Die zwei Decks, womit man das Spiel lernt, sind Spider-Man und Captain Marvel. Aber wie sich das für ein Kartenspiel gehört, kann man eben auch die Decks verändern. Also sprich, die beiden Starter-Decks, mit denen man das Spiel lernt, müssen nicht so bleiben. Man kann die Decks komplett umgestalten, wobei immer ein Held ein gewisses Set an Karten mit sich bringt. 15 Karten sind es, glaube ich. Also Spider-Man hat seine eigenen 15 Karten, die immer mit dabei sind. Den Rest des Decks kann man dann eben variieren. Und hier bringt das Spiel einen ganz coolen Mechanismus mit. Nämlich, dass die Karten unterteilt sind in verschiedene, ja, ich nenne es jetzt mal Strategien oder Fähigkeiten, die ein Held mit sich bringt. Es gibt Aggression, es gibt Leadership und so baut man dann eben sein Deck zusammen. Und dann zieht man eben gegen einen Bösewicht in den Kampf. Auch hier bietet die Grundbox drei Stück schon an der Zahl. Das eine ist Rhino, ein altbekannter Gegner von Spider-Man. Dann gibt es Claw, den man ja auch aus dem Marvel Cinematic Universe kennt. Hier allerdings in seiner Comic-Version. Und Ultron. Diese drei Bösewichter sind mit dabei. Und die Bösewichter verfolgen eben Schemes. Also irgendwelche fiesen, ja, einen fiesen Plan, den sie verfolgen wollen. Rhino möchte, was weiß ich, zum Beispiel Bank überfallen und wir müssen eben die Bösewichte daran hindern. Das hört sich alles sehr, sehr stark nach Marvel Legendary an. Was auch der Grund war, warum ich es mir auf der Messe nicht gekauft habe. Weil ich eben dachte, hey, ich habe Marvel Legendary schon mit diversen Erweiterungen. Das macht uns immer wieder Spaß und Freude. Dann brauche ich halt jetzt nicht ein zweites kooperatives Kartenspiel wieder mit den Marvel-Helden. Wurde aber eines Besseren belehrt, nachdem ich das zweimal bei einem Kumpel gespielt habe. Und musste es mir sofort kaufen, weil es dann doch, trotz der vielen Ähnlichkeiten, ein ganz anderes Spielgefühl bietet als Marvel Legendary. Aber dazu dann gleich in meinem Fazit mehr. Jetzt erkläre ich euch erstmal die Regeln von Marvel. So, dann haben wir hier den Spielaufbau. Ich habe jetzt erstmal nur für einen Spieler aufgebaut, der übersichtshalber. Was haben wir hier? Wir haben einmal Wunden-Tokens, dann Threat-Tokens, die eben anzeigen, wie weit der Bösewicht in seinem Plan vorangeschritten ist. Und hier so, ja, Universal-Tokens, die für alles andere sind. Noch ein paar Acceleration-Tokens, die eben markieren, irgendwas ist gerade plus 1. Und dann haben wir hier noch Karten, die Zustände anzeigen. Stunt, Tough und Confused. Dann haben wir hier den Bösewicht. Man startet das Spiel oder die erste Partie immer mit Rhino, auch in der einfachen Variante. Das heißt, man nimmt hier Rhino 1 und danach Rhino 2. In der Experten-Variante würde man dann direkt mit Rhino 2 anfangen und danach kommt eben Rhino 3. Und ihr seht schon, die unterscheiden sich hier zum Beispiel in der Stärke ihres Angriffs. Dann gibt es hier das Scheme, also den Plan, den Rhino verfolgt. Das ist The Break-In. Dann steht hier einfach nochmal, was jetzt genau das Rhino-Deck alles enthält. Hier steht auch nochmal mit, was ich gerade schon gesagt habe, mit dem Experten-Modus. Und wenn man das alles erledigt hat, es ist hier aber auch nochmal so eine Karte drin, was eben das Rhino-Deck alles enthält. Das ist ganz gut fürs erste Spiel, weil man ansonsten natürlich ein bisschen mit den Möglichkeiten überfordert ist. Und danach dreht man das einfach um. So, und dann sieht man hier folgende Sachen. Auf dem Scheme müssen pro Spieler, die daran teilnehmen, also wenn man jetzt alleine spielt, sieben Thread-Marker draufliegen. Und wenn das der Fall ist, dann hat eben Rhino gewonnen und die Spieler verlieren das Spiel. Jede Runde kommt hier außerdem ein Thread-Token pro Spieler drauf. Also wenn man komplett nichts dagegen tut, würde nach sieben Runden schon das Spiel vorbei sein. Das hier ist das Bösewicht-Deck, das wie gesagt nach so einigen, ja, Regeln zusammengebaut. Jeder Bösewicht hat seine eigenen Karten. Also Rhino hat hier zum Beispiel 21 Karten. Dann kommen hier noch so Karten rein, speziell von dem Helden. Also hier ist zum Beispiel eine Spider-Man-Karte mit drin, die nur drin ist, wenn eben Spider-Man mitspielt. Man sucht sich immer noch ein zweites, ja, so Nebenscheme quasi aus. Das wird hier in dem ersten Spiel Bombscare empfohlen, sind auch nochmal sechs Karten. Und dann gibt es eben sieben Standard-Karten, die auch immer mit drin sind. Und so setzt sich eben das Bösewicht-Deck zusammen. Auch bei den Helden, Spider-Man, gibt es bei den Starthelden, Spider-Man und Captain Marvel, gibt es hier so eine nette Übersicht, was eben in dem Starter-Deck drin ist. Dabei hat jeder Held 15 eigene Karten, die er immer mit dabei hat. Und danach gibt es eben Basic-Karts, die hat man auch immer dabei. Und eben dann ein Aspekt, den man sich aussucht. Im Starter-Deck ist das noch wild zusammengemischt. Aber später sucht man sich dann einen Aspekt aus. Das ist eben zum Beispiel hier Justice, was ich jetzt hier in meinem Spider-Man drin habe. Dann gibt es eben auch Aggression und Leadership. Außerdem hat jeder Bösewicht noch ein Arch-Enemy. In dem Fall ist das hier der Geier. Der wird erstmal zur Seite gelegt. Es kann aber sein, dass der im Laufe des Spiels eben dazukommt. So, und dann hat man hier eben sein Heldendeck. Man startet immer auf der Alter-Ego-Seite. Also hier Peter Parker. Und dann im Prinzip stellt man noch seine Lebenspunkte ein. Man hat hier als Spieler 10 Leben. Rhino übrigens hat 14. Das ist hier auch nochmal auf der Karte drauf. Pro Spieler 14. Also wenn jetzt zwei Spieler dabei wären, hätte er 28. Und dann kann es im Prinzip losgehen. Hier wird nochmal ganz schön auf so einer Übersichtskarte angezeigt, wie die Phasen laufen. Also zuerst kommt hier die Spielerphase. Und man zieht so viele Karten, wie hier unten angegeben ist. Ihr seht das Hand Size 6. So, das machen wir nochmal. Und dann kann man auch einmalig ein Malligen nehmen. Das bedeutet einfach, man legt so viele Karten, die man nicht möchte, ab. Wir nehmen jetzt einfach mal die beiden. Und zieht zwei neue. Und dann kann es auch schon losgehen. So, und jetzt suche ich einfach mal, damit ich einfach euch das erklären kann. Nehmen wir mal hier den Daredevil noch auf die Hand. So, und dann hat man eben hier seine sechs Karten. Und es geht eben los mit der Spielerphase. In der Spielerphase nimmt jeder Spieler oder hat jeder Spieler erstmal seinen Zug. Er kann Karten spielen. Er kann Actions triggern. Er kann Basic Attack Toward Aktionen machen. Er kann einmal seine Form ändern. Erkläre ich gleich. Und danach ist der Zug eben vorbei. Also, man kann jetzt beliebig viele Karten spielen. Was die Karten kosten, steht immer hier oben. Die Karte kostet nichts. Der 3, 1, 4. Und man kann im Prinzip jede Karte für eine Ressource abgeben. Also, ich kann auch diese Karte abschmeißen. Und dann bringt sie einfach hier unten ein, so eine blaue Ressource. Das ist allerdings nicht zwangsläufig. Also, wenn ich jetzt hier Daredevil kaufen möchte, vier Ressourcen, müssen das nicht gelbe Ressourcen sein. Das hat nichts zu sagen. So, und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel das hier. The Power of Justice. Maximal zwei per Deck. Double the number of resources. Card generates while playing for justice. Yellow Card. Also, die macht zwei Ressourcen für eine gelbe Karte. Außerdem hat Peter Parker noch eine Fähigkeit, dass er einmal per Runde eine Ressource generiert. Also, eine Ressource, zwei Ressourcen, wenn es für eine gelbe Karte ist. Und dann schmeiße ich auch nochmal das ab. Dann hätte ich vier Ressourcen gezahlt und könnte dann Daredevil spielen. Und dann habe ich einen Alley im Spiel. Die Alleyes haben einen Thwart-Wert, einen Attack-Wert. Und wenn darunter dieses kleine Symbol ist, heißt das immer, dass sie selber einen Schaden bekommen, wenn sie das machen. Daredevil hat jetzt drei Leben. Außerdem hat Daredevil die Fähigkeit, immer wenn er thwartet, macht er auch einen Schaden an einem Enemy. Enemy ist grundsätzlich alles. Der Hauptböseweg als auch seine Schergen. Ja, und thwarten bedeutet eben sehr ungewöhnliches Wort. Musste ich auch erstmal nachschlagen, was das überhaupt bedeutet. Das heißt, so viel wie vereiteln. Wenn jetzt hier nach und nach Thread-Tokens auf dem Scheme drauf liegen, bedeutet thwart einfach in Höhe des Thwart-Werts kann man dann so viele Tokens runternehmen. So, jetzt habe ich theoretisch eine Karte gespielt. Ich kann Daredevil auch direkt nutzen. Das heißt, ich tappe ihn, um dann zu thwarten oder anzugreifen. Thwarten macht jetzt noch keinen Sinn, weil es liegt doch nichts auf dem Scheme drauf. Also greife ich einfach mal Rhino an für zwei Schaden. Das heißt, Rhino geht hier auf zwölf runter. Dafür kriegt Daredevil selber einen Schaden, weil er hat ja hier, habe ich gerade erklärt, diese kleine Explosion. So, dann könnte ich noch mehr Karten spielen. Entschuldigung. Aber erstmal ändere ich einmal meine Form. Das kann man einmal pro Runde machen. Und dann ist eben Spider-Man an Start, weil jetzt kann Spider-Man nämlich auch thwarten, angreifen oder verteidigen. Und er greift auch direkt mal an. Hier für zwei. Und Rhino geht auf zehn runter. Und dann habe ich noch einen der coolsten Spider-Man Karten, nämlich der Swimming Web kostet drei. Ist eine Hero Action. Deswegen musste ich mich jetzt sowieso umdrehen, weil wenn ich in meinem Alter Ego gewesen wäre, hätte ich die Karte nicht spielen können. Kostet mich drei Ressourcen. Dann werfe ich die Karte ab für eine. Und das ist eine Energy Ressource, die generiert auch zwei. Das heißt, ich habe drei und der Swimming Web Kick macht Hero Action Attack, Deal 8 Damage to an Enemy. Das heißt, Rhino kriegt richtig auf die Fresse und steht bei zwei. So, das wäre der Heldenzug. Gucken wir mal, wir haben keine Handkarten mehr, wir können nichts mehr machen. Wenn man fällig ist, kann man Karten, die man gegebenenfalls noch auf der Hand hat, abschmeißen und dann aufziehen auf seine Handgröße. Und Achtung, Spider-Man in Heldenform hat jetzt nur noch eine Handgröße von fünf. Ziehen wir also fünf Karten auf. Und dann macht man alle seine Charaktere wieder ready. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das macht man wirklich am Ende des Helden-Steps, nicht gleich am Ende des Villain-Steps. So, was macht man in der Villain-Phase? Erstmal natürlich Threat auf das Main-Scheme. Wir haben gesagt, ein pro Spieler. Dann greift der Villain und alle Minions an, die gerade dem Spieler engaged, also mit dem Spieler im Kampf sind. Im Moment haben wir nur den Bösewicht. Und das läuft so, dass der Bösewicht und auch die Minions angreifen und immer eine Boost-Karte dazu bekommt, zu ihrem Angriff. Also der ist jetzt hier auf jeden Fall schon mal zwei, plus was auch immer die Karte noch mit sich bringt. Jetzt kann ich zum Beispiel Spider-Man tappen, um zu verteidigen. Wenn ich das mache, dann greift sein Death-Wert von drei und ich verhindere einfach drei Schaden. Dann ist Spider-Man aber nicht ready in meinem Zug, weil, habe ich ja gerade nochmal gesagt, die Charaktere werden am Ende des Helden-Zuges ready gemacht. Also wenn ich das mache, dann verhindere ich zwar Schaden, aber Spider-Man ist in meinem Zug, er kann eben nicht angreifen. Ich kann auch einfach der Devil dazwischen schmeißen und sagen, der blockt jetzt den Schaden für sich ab. Der hat aber nur noch zwei Hit-Points. Das heißt, der wäre auf jeden Fall tot, weil zwei Schaden macht Rhino hier auf jeden Fall. Oder ich sage einfach, mein Gott, ich habe doch zehn Leben, who cares? Und das würde ich jetzt auch in dem Fall machen. Dann dreht man die Boost-Karte um und da guckt man einfach nur auf diese zwei Symbole hier unten und ob die Karte gegebenenfalls noch einen Boost-Text hat. Also dann steht hier fett gedruckt Boost. Ist das nicht der Fall, dann ist der Kartentext völlig uninteressant. Es zählen nur diese Symbole hier unten. Ja, komm. Das heißt, der Angriff von Rhino ist jetzt vier stark. So, und da ich ja gesagt habe, ich verteidige nicht, kriege ich dann eben vier Schaden. So. Gehe also auf sechs. Dann hat Spider-Man eine ganz coole Fähigkeit. Wenn er angegriffen wird von einem Gegner, da habe ich eine Karte ziehen. Machen wir doch sehr, sehr gerne. So, damit hat der Villain angegriffen. Seine Minions, die noch nicht im Spiel sind, würden ebenfalls angreifen. Wenn ich jetzt anstelle in der Hero-Form, in der alter Ego-Form gewesen wäre, dann hätte der Wille nicht angegriffen, sondern er hätte einfach geschemt. Also er hätte hier oben den Wert genommen, eins, wieder mit einer Boost-Karte. Wenn wir jetzt das Beispiel von gerade nehmen, plus zwei und dann würden drei Token hier drauf kommen. Also Scheme ist gefährlich, weil das kann sehr schnell zum Ende des Spiels führen. Weil, sobald hier, wie gesagt, haben wir ja vorhin gelernt, die entsprechende Anzahl an Thread-Tokens drauf sind, ist vorbei. So. Nachdem der Held angegriffen hat, kommt noch eine sogenannte, hier Schritt drei, Deal-Encounter-Card to each Player. Da wird einfach die oberste Karte genommen und jetzt zählt eben der Text. Und in dem Fall würde jetzt ein Hydra-Bomber ins Spiel kommen. Der hat außerdem noch eine Fähigkeit, when revealed, choose to either take two damage or place one Thread on the main team. Also jetzt könnte ich, also der ist jetzt mit mir engaged hier, dieser Minion. Der will mich jetzt auch prügeln. Und der ist jetzt ins Spiel gekommen. Jetzt könnte ich zwei weitere Schaden nehmen. Oder ich könnte ein Thread auf das Main-Scheme packen. Das machen wir doch mal. Das ist jetzt noch nicht ganz so tragisch. So. Und jetzt wäre dann halt schon wieder mein Zug dran. Und jetzt kann ich halt wieder hier anfangen, lustig, fröhlich, meine Karten zu spielen. Hier kann ich zum Beispiel dann jetzt, das ist eine ganz coole Karte, könnte ich jetzt als Hero-Action zwei Ressourcen bezahlen, um bis zu drei Thread runterzunehmen. Ist jetzt noch nicht ganz so interessant, weil es liegen nur zwei Threads da. Dann hat man hier auch so Interrupt-Karten. Wenn Threads auf ein Event gelegt werden, könnte ich stattdessen sagen, nee, gib mir das als Schaden und so weiter. Dann habe ich hier noch Equipment, die ich eben, also Upgrade-Karten, die ich entweder in eigene Charaktere dran packen kann. Oder in dem Fall an die Bösewichter. Denn wenn ich den besiege, dann entferne ich automatisch Thread. Generiere nochmal richtig schöne Ressourcen. Habe hier so einen Ort, den kann ich immer einmal tappen, um einen Thread zu removen. Oder ich habe ja nochmal meine ultra starke Angriffskarte. Und so geht das dann eben hin und her. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, der Devil thwartet hier. Ja, also er nimmt zwei Thread runter. Seine Fähigkeit ist, wenn er das macht, schießt er automatisch einen Schaden. Den haut er mal hier, nee, den haut er mal auf, ja doch, den haut er mal hier hin. Und Spider-Man würde jetzt angreifen mit zwei Schaden und würde Rhino die restlichen zwei Leben wegkloppen. Und dann würde er hier in die zweite Phase übergehen. Dann sucht man das Deck noch nach einem Nebenscheme dazu. Er ist wesentlich stärker, hat dann jetzt schon 15 Hitpoints und so weiter und so fort. Im Prinzip, Entschuldigung, waren das die Regeln. Es gibt halt hier, wie gesagt, auch noch so Statüsse, zum Beispiel Stunnen. Dann kann man einmalig nicht angreifen, wenn der Charakter angreifen würde. Verfällt der Angriff und stattdessen wird man diese Fähigkeit los oder tough. Der nächste Schaden, den der Charakter bekommt, wird negiert und dafür geht dieser Status verloren oder confused. Das gleiche wie Stunt, nur mit Scheme. Ja, und wie gesagt, manchmal kann eben dann durch eine Karte auch noch... Also, ne, es können weitere Schemes ins Spiel kommen, wo dann eben eine weitere Bösewicht-Karte gezogen wird. Es können natürlich richtig fette Gegner ins Spiel kommen, richtig nervige Aktionskarten, die uns das Leben schwer machen. Oder halt eben hier Shadow of the Past. Dann kommt nämlich auf einmal hier der Held-spezifische Bösewicht im Spiel. Und dann haben wir nämlich auf einmal den Geier am Start, der bringt da noch sein eigenes Scheme mit. Und die Karten werden hier in das Bösewicht-Deck gemischt. Und boom, dann geht es richtig zur Sache. Also richtig viel, was hier abgehen kann bei Marvel Champions im Großen und Ganzen. Waren das aber die Regeln. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Wie ich schon gesagt habe, das Spielgefühl von Marvel Champions unterscheidet sich dann doch etwas von Marvel Legendary. Obwohl es in beiden darum geht, dass ein Bösewicht einen Plot hat, den man versucht, oder einen Scheme, den man versucht zu vereiteln. Bei Marvel Legendary ist halt der Deckbuilding-Aspekt sehr, sehr präsent. Und dass alles sehr, sehr zusammengewürfelt ist. Also man sucht sich ja zufällig eine Anzahl an Helden aus. Der Bösewicht und das Scheme sind komplett zufällig. Das ist für mich so der Reiz an Marvel Legendary. Alles ist im Prinzip random und zufällig. Und dadurch kann das Spiel manchmal halt schwieriger oder leichter sein. Und hier ist es dann alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, geordneter, aber auch passender zusammen. Und es ist irgendwo actionreicher, weil man sich wirklich permanent durchgehend mit den Bösewichten und seinen Schergen kloppt. Und dann hat man eben auch Lebenspunkte. Man kann eben auch sterben. Man versucht das zu verhindern, indem man sich immer wieder dann auch in sein alter Ego zurückverwandelt. Dann muss man aber wieder aufpassen, dass der Bösewicht nicht zu sehr schemt, also seinen Plot vorantreibt. Also hier sind die taktischen Möglichkeiten schon sehr, sehr, sehr viel größer als in dem Margined Marvel Legendary, was eben im Kern nur, und das gar nicht abwertend gemeint, ein Deckbilder ist. Hier hat man super viele Möglichkeiten. Man muss eben mit den Schemes irgendwie klarkommen. Man muss taktieren. Dann hat man die Bösewichter, die Schergen, die selber eindreschen. Man muss gucken, wie man seine eigenen Verbündeten gut und nützlich einsetzt. Und ja, und immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen, was Marvel Champions wirklich zu einem ganz großartigen Spielerlebnis macht. Auch zu zweit. Die Absprachen, die man da untereinander trifft. Es funktioniert aber auch genauso gut Solo, wo man sich dann eben alleine mit einem Bösewicht umschlägt. Und es hat wirklich einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Also das Einstiegsszenario mit Rhino, und auch den kann man dann immer in einer leichten und Expertenvariante spielen, das ist noch sehr, sehr gut schaffbar. Rhino in Expert habe ich dann auch ein paar Versuche gebraucht. Aber allein Claw, der zweite Gegner, ist dann schon so bockhart. Da muss man echt genau überlegen, was man macht. Und das gefällt mir eben richtig gut an dem Spiel. Das Artwork ist klasse. Das Kartendesign hat mich auch so ein bisschen am Anfang abgeschreckt, weil es ist schon sehr, ja, Comic-like. Und das meine ich in dem Moment nicht positiv. Es ist wirklich sehr klar strukturiert. Und ich hatte so im ersten Moment das Gefühl, es hat irgendwie der Grafikdesigner im ersten Jahr Praktikum oder so gemacht. Also, ja, Befürworter dieses Karten-Layouts sagen natürlich sehr Comic-like, sehr authentisch. Ich sage, puh, sieht einfach nur irgendwie dröge und billig aus. Da hat zum Beispiel das jahrealte VS-System, Wer das kennt, gibt es ja auch um Marvel und DC-Helden einen besseren Job gemacht. Aber sei es drum. Die Artworks dann wiederum. Die sind richtig klasse. Jede Kart hat ein eigenes Artwork aus dem Marvel-Universum. Also auch da einen kleinen Vorsprung gegenüber Marvel Legendary, wo ja manche Karten sich ein Artwork dann auch teilen. Besonders in der Grundbox, was ein bisschen schade war damals. Hier eben komplett cooles Artwork. Tolles Material mit den ganzen Drehscheiben, wo man eben seine Lebenspunkte festhält, die Markern dazu. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, es ist halt auch wenig in der Box drin. Für 50 Dollar sind halt eben nur Karten und ein paar Pappmarker drin. Aber ich sage mal so, das ist man mittlerweile und heutzutage ja fast schon gewohnt, dass selbst wenn nur Karten in der Box sind, man schon 50 Euro-Dollar aufwärts bereit ist zu zahlen. Mit der Grundbox hat man schon eine ganze Menge Spaß. Wir haben bisher drei Helden schon ausgiebig testen können. Etliche Partien schon gemacht. Mit Iron Man und Black Panther haben wir noch gar nicht gespielt. Und auch Ultron haben wir noch nicht ausgepackt. Und wir haben aber schon 10 Partien oder so hier hinter uns. Also man kann mit der Grundbox schon eine ganze, ganze Menge Spaß haben. Und es ist jetzt schon viel Content angekündigt. Captain America soll kommen. Thor soll kommen als neuer Held. Green Goblin ist am Start mit neuer Bösewicht. Als neuer Bösewicht es sollen Szenarien kommen, wo jetzt noch nicht nur so ein bisschen Spoilermäßig was bekannt ist. Also Fantasy Flight hat sehr, sehr viel vor mit Marvel Champions. Und ich kann das nur begrüßen, weil es ist ein echt, echt cooles, kooperatives Kartenspiel im Marvel-Universum. Macht super Spaß. Super actionreich. Super flott zu spielen. Also Spieldauer unter einer Stunde hat man das Ding weggezockt. Und auch hier richtig cool. Super viel zum Customisen. Also will ich jetzt mit Spider-Man eher aggressiv vorgehen oder eher auf Leadership vorgehen oder eher auf Judgment vorgehen. Ja, also welche Karten man da zur Unterstützung dazu nimmt. Also auch sehr viele Customizing hier drin. Und eben auch mit den Bösewichten. Ich meine, klar, jeder Bösewicht hat sein Scheme. Aber welche Truppe führt er dann noch an? Masters of Evil. Welche Stryte-Schemes können da ins Spiel kommen? Also ja. Ihr seht, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Spiel, obwohl ich es tatsächlich nicht erwartet hätte. Ganz großes, großartiges Spiel. Für mich mittlerweile schon mindestens auf einer Stufe mit Legendary. wird sich da mit zukünftigen Erweiterungen zeigen, ob es das nicht sogar überflügelt. Eine ganz klare Kaufempfehlung von mir. 8,5 von 10 möglichen Punkten für die Grundbox von Marvel Champions. Da kommt noch mehr und dann wird das Spiel noch geiler abgehen. Ich sag's euch. Absolute Empfehlung. Das war mein Review zu Marvel Champions. Danke fürs Zuschauen. Und ich sage mal, lasst mir ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da, sofern noch nicht geschehen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Channel. Das sehen wir uns. Bis bald.